Qualität hat einen Namen. Prestle, Ihr Partner für Lösungen im Bereich Dach und Wand. Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden und Architekten ein ganzheitliches System mit entsprechender Schallabsorption und einer optisch ansprechenden Gebäudehülle. Vorfertigung von Laibungen und Kanteilen mit Sondermaßen in unserer Werkstatt. Dadurch haben wir bei kurzfristigen Änderungen sehr geringe Reaktionszeiten. Somit kann der Bauzeitenplan eingehalten werden. Hierbei erlernt der Auszubildende alle möglichen Varianten, um die benötigten Zuschnitte herzustellen. Zu Beginn der Ausführung werden alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Bei der anschließenden Montage werden die großformatigen Bauelemente aus Oberflächen veredeltem Metallblech nach den geltenden Qualitätsstandards verlegen. Als zukunftsorientiertes Unternehmen legen wir großen Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer 100 Mitarbeiter, davon 25 Auszubildende. Mit unserer Erfahrung, handwerklichem Geschick und unserem modernen Maschinenpark realisieren wir für unsere Kunden individuelle Lösungen. Unser traditioneller und innovativer Familienbetrieb befindet sich in der fünften Generation. Prestle. Eine starke Familie. Seit 1878.